Willkommen und hereinspaziert. Morgen ist Frühlingsbeginn. Juhu! Gut, das Wetter in Wien spielt fein mit. Gut, wir haben auch keine 62 Grad wie in Rio de Janeiro. Angeblich natürlich, wie immer. In Wahrheit haben sie 32 gehabt, aber hey. Kleinigkeit, wann da steht gefühlte Temperatur, okay. Frühlingsbeginn astrologisch, Sonne im Tierkreis, Zeichenwitter. Nun, schauen wir mal, was dieser Frühlingsbeginn so bringt für die nächste Zeit. Mit den Wassermann-Aszendenten. Also, mit Überraschungen ist wieder mal zu rechnen. Jo, welcher Art, naja, sie sind im dritten Haus. Also, was wird uns so kommuniziert mit Jupiter? Im April übrigens auch die große Konjunktion. Ihr wisst, das Netz geht über. Eine riesige Portalöffnung. Die Massen werden erwachen. Vergiss, okay. Kann ich zusammenfassen. Vergiss, hier wird wieder ganz viel geschwafelt. Ob das alles mit Wahrheit zu tun hat, ist mit der Wahrheit und der großen, weiten Welt, gell, ist halt sehr relativ. Im Persönlichen würde ich aber Jupiter Uranus im Dreieck dafür nutzen, dass ich mich weither bilde, dass ich mir neue Dinge suche, die mich interessieren, neue Felder, dass ich über meine eigenen Grenzen hinausgehe. Dafür, finde ich, ist das super. Der Quantensprung. Im Einzelnen, maybe. Aber auch nur, wenn es im Radix schon angelegt ist. Jupiter Uranus hat natürlich auch mit Reisen zu tun, speziell mit Flugreisen. Da war ich dann eh schon bei dem Gedanken, der Flugzeug, und da war doch diese Boeing-Sache jetzt. Wo dann der Herr Whistleblower überraschenderweise ganz plötzlich verstorben ist. Da werden noch mehrere runterkommen, oder Teile, und nicht nur zwingend von Boeing. Das MC befindet sich im Schützen, also wiederum Jupiter, der wieder mit Uranus. Ja, Freiheit geht's, geht mal wieder um die große Freiheit, die auf das Irrtische allerdings hier mächtig begrenzt wird. Stier, Erde, Grund und Boden. Hier herrscht die Venus. Madame steht in den Fischen, in eins, mit Saturn. Und somit zeigt dies eben an die Begrenzung der Möglichkeiten. Für diejenigen, die sich auf dem Weg befinden, die immer mehr und mehr schon checken. Ja, klar. Für die geht's munter weiter. Hier lässt übrigens der Untergang auch noch auf sich warten. Eine blöde Geschichte, wo sie sich schon so viel zusammenspinnen mit der Sonnenfinsternis. Und wiederum die drei Tage von dem, wie heißt er, Ehrlichter. Egal. Nein. Es wird noch immer nicht untergegangen. Aber man hat manchmal den Eindruck, keine Frage. Und ich wollte das wirklich weiterhin fröhlich gestalten, aber dann habe ich leider in das zweite Haus geblickt. Hier herrscht Mars. Mars ist auch der erste Planet im ersten Haus. Unaspektiert der Depp. Macht was er will, sozusagen, ja. Und wird ganz neue Ideen aufbringen. Und dann seht doch bitte, was ich dazu gleich entdeckt habe. Dieser Trudeau, dieser Spezialist. Und Kanada-Premier Young Global Leader. Was hat er gemacht? Der erste Schritt ist getan. Kanada verknüpft Bankkonten der Bürger mit Sozialkreditsystem. Der feuchte Traum der Eliten ist nun dabei, in die Umsetzung zu gehen. Schauen wir uns das kurz an. Central Bank Digital Currency. Kommt man zu folgenden Worten. Remote. Die Folgen aufeinander. Ich habe sie nicht ausgesucht. Ich habe sie nicht zu hingestellt. Aber es ist so. Hiding all black allein. Die Ausrichtung. Ist klar, oder? Allein. All black, dunkel, schwarz, finster. Im Versteckten. Natürlich. Und Remote ist so wie mit der Fernbedienung, okay? Die Ferngestaltennummer. Sehr lustig. Oder vielleicht auch nicht im gleichen Wert. Gibt es Thron. Und was ist Thron? Genau, eine Disney Production. Da geht es um Androiden. Roboter. Und interessanterweise. Schaut ihr mal das an. Hier mit dem Bild der digitalen Währung. Und dieser hübschen Scheibe. Und abgesehen davon. Jetzt sind es nur viele um Diebstahl. Und diese hübsche Scheibe hat wieder mal eine Spirale. Kreise. Das kennen wir doch schon, oder? Mit dem Wert 77 haben wir auch den Teilchenbeschleuniger. Ups. Ich verkneife mir das sonst mit Personen. Aber ich konnte nicht anders. Der Mr. Just In. Hat die Werte 183 und 48. Und hier ganz entzückende zwei Wörter. Mox efficient. Verarscht effizient sozusagen. Beide Namenszahlen ergeben die 12. Und 12 ist der Gehengte. Und der Gehengte ist der falsche Gott. Und der falsche Weg. Und der falsche Dampf. Mit der zweiten Zahl 48. Kommen wir zu Cadmium. Element. Hier mit diesem Bild. Die Erde und der Schlüssel dazu. Ihr wisst so, wie der Bischof starb. Den hatten wir schon mal in einem anderen Video von mir. In der Abkürzung CD. Gibt es auch interessante Momente. Ganz oben in meiner Rangliste. Command. Militärischer Bezirk. Certificate of Deposit. In weiterer Folge haben wir hier. Könnt ihr euch die Wörter gerne anschauen. Compact Disc. Fällt hier auch der Kongo rein. Tue los im Kongo. Da müsste ich erst nachschauen. Mag ich jetzt nicht. Compact Disc. Okay, gut. Klar. Sind wir wieder bei irgendwelchen lustigen Computergeschichten. Der junge Mann ist eine nette Installation. Wieder einmal. Hier ist das Horoskop von Mr. Justin. Wenig überraschend. Ein Steinböckchen. Gerade hier im Ruder sind alle Saturnisten, wollte ich natürlich sagen. auch sein Vater war schon Prämier. Nice Bloodline, you know. Apropos Bloodline. Mars Pluto haben wir hier. Laut und deutlich. Sieh mal. Und genau am wundervollen Frühlingspunkt. Und deshalb kommt er jetzt ins Rennen. Und deshalb war er auch der Erste, der mit dem Scheiß begonnen hat. Vita ist immer der Erste. Der hat seine Mars. Für seine Repräsentanz steht. Als Mann. Und für das Tun. Genau. Auf der Sonne des Frühlingsbeginns. Sowas aber auch. Mars Pluto. Wieder hinterfotzige Mache Leutes. Wie immer. Nein, es gibt einmal keine Untertitel. Kämpft euch durch. In seiner Anlage. Mond Uranus. Das ist eine heftige innere Spaltung. Er ist eben diese Installation für diese Aktion. Punkt. Soviel zu den Zufälligkeiten des heutigen Tages. Warten wir mal, was mit ihm los ist, wenn Neptun demnächst seine Mars erreicht. Also in den nächsten Jahren. Dann ist Neptun Pluto Mars beim Mars gelöst. Es ist die Existenzauflösung. Oder die, die er durch seine Machtposition verursacht. Aber auch der. Egal wie er erscheint. Weil wirken tut er eher neu. Hat den Saturn am MC. Immer beinharte Nummer. Das hat er die Queen gehabt. Vielleicht sind sie ja verwandt. Was weiß man denn? Es konnte nur er sein. Er ist der Einzige, der hier dafür in Frage kommt. Punkt. Genau auf der Hausspitze. Zwei der Finanzen. Des Frühlingsbeginns. Das erklärt dann in weiterer Folge. Mond Pluto. Das Volk unter Druck. Welches auch immer. Wurscht, wo es anfängt. Alles, was irgendwie in unsere Kreise kommt, zieht sich dann durch. Wie wir es schon wissen. Es fängt irgendwo an und dann wird es lustig weitergegeben. Die Manipulation wird wieder an vielen einwandfrei verbeikern. Es wird übrigens auch als sozialer Akt verkauft. Haus 6 und 12 gefällt mir auch gut. Wirklich. Schon eine Fähne. Der erste Quadrant, wie man sieht, ist hier gut besucht. So gut wie alles findet hier statt. Wird also alles sichtbar. Am Einzelnen und im Großen und Ganzen. Mundan gesehen wird es wieder wilde Versprechungen ergeben. Der Merkur im Witter macht es ganz gern. Der schießt ganz schnell raus. Allerdings die Haltbarkeit ist kürzer als die an der Tagesfliege. Aber Hauptsache, es wird wieder laut getrommelt. Und wie wir wissen, die Verzweiflung unserer speziellen Freunde dürfte schon ziemlich groß sein. Der Herrscher von Merkur ist der Mars und der ist im Wassermann. Da geht es schnell, schnell, aber schnell vorbei auch wieder. Und dann ist er ja bald in den Fischen. Dann ist er wieder alles an und klanglos vergessen. Ich möchte gerne allen einmal sagen, diese Schwerf auf eine Aufarbeitung warten, die wird nicht passieren. Nein, das kann gar nicht passieren. Solange dieselben am Ruder sind, die schon vor Jahren waren, gibt es zwischendurch ein Highlight. Aber das ist die Karotte vor dem Pferd. Nicht mehr, nicht weniger. Es muss der Einzelne verstehen, dass es an ihm liegt. Ob wir hier einige Meter weiterkommen und nicht zu schauen und zu warten, was von Regierungen etc. passiert. Das ist der grobe Fehler. Das ist ein guter Startpunkt zum Aufräumen, wie der von vieler meint setzt. Das ist der einzige Weg, dass wir quasi diese Veränderungen, wenn man so möchte, beschleunigen können. Es geht um den Einzelnen. Warten auf das Große ist immer ein Fehler. Das Große, ganz ehrlich, das Rot kehlchelt uns, wie es braucht. Dinge sichtbar zu machen, aufzuzeigen. Immer und immer wieder herrschaften. Macht doch einfach irgendwas. Es ist doch wurscht, ob das bei Twitter ist oder sonst wo. Es geht nur darum, eine Stimme zu haben und diese andere Energie ins Feld zu bringen. Es geht nicht um Millionen Follower. Da ist sowieso schon wieder was voll, wie wir wissen. Darum geht es nicht. Sehr wohl um jeden Einzelnen. Und jeder kann dazu etwas tun. Und solange es diese Option noch gibt, Dinge ins Netz zu stellen. Sei es gesprochen, getanzt, ist alles egal oder geschrieben. Das ist eine einwandfreie Möglichkeit. Ansonsten überlassen wir den Idioten das Feld. Und er braucht sich nur umschauen. Da gibt es viele davon. Jupiter Uranus kann nämlich auch das Megafon sein. Auch das des Einzelnen. Speziell das. Um etwas rauszubringen. Sich Gehör zu verschaffen. Neue Energien ins Feld zu senden. Bessere Chance kommt länger nicht mehr wieder, würde ich sagen. Jupiter ist Expansion, Ausdehnung und Uranus über alle Grenzen und über den eigenen Tellerrand hinaus. Da würde ich sagen, mitmachen. Alles Liebe.